Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Schwangerschafts-Update von mir. Ich habe es fast geschafft und ich bin jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche. Das heißt, die Zielgeraden habe ich erreicht und ich dachte, okay, bevor diese Schwangerschaft jetzt vorbei ist, mache ich nochmal ein Update, um euch einfach nochmal auf dem Laufenden zu halten, euch nochmal meinen Bauch zu zeigen und natürlich auch einmal mit euch darüber zu sprechen, ja, wie geht es mir gerade aktuell, was ist so die letzten Monate passiert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Update beendet habe, aber auf jeden Fall war ich dann auch recht frisch schwanger und ich glaube, wir wussten das Geschlecht noch nicht mal. Wie ihr also unschwer erkennen könnt, wird es ein Babyboy. Ja, wir haben uns für ein blaues Kinderzimmer entschieden, heißt aber nicht, dass ich die Farbe Blau automatisch mit einem Jungen verbinde. Das wollte ich nur nochmal dazu gesagt haben. Ich habe natürlich wieder meinen Mutterpass dabei, ich war alle vier Wochen bzw. jetzt aktuell alle zwei Wochen beim Frauenarzt und es ist auch so einiges passiert. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass es dem Kind sehr, sehr gut geht und es bei mir im Bauch sehr, sehr gut wächst und gedeiht. Wie gesagt, aktuell 36. Schwangerschaftswoche, damit Ende vom 9. Monat und bis zum Entbindungstermin sind es nur noch ungefähr vier Wochen. Ich habe jetzt hier meinen Mutterpass parat und ich würde euch einfach mal so ein kleines Update zum Baby aktuell geben, denn ich war tatsächlich die letzten Tage wieder beim Frauenarzt und habe aktuelle Maße und Daten von unserem kleinen Mann. Vor ein paar Wochen war ich bei einem Vertretungsarzt bzw. einer Ärztin und sie hat das Baby ausgemessen und danach stand eine Einleitung im Raum. Ja, erstmal großer Schock bei uns, weil wir dachten, oh Gott, Einleitung einige Wochen vor Entbindungstermin, weil das Baby scheinbar sehr, sehr groß war. Ja, so, es war dort ungefähr drei Wochen, knapp vier Wochen weiter, als ich eigentlich war, laut Messungen und es wäre, ja, ungefähr ein fast 5 Kilo Baby geworden, wenn es dann über einen Termin gegangen wäre und dementsprechend hat die Frauenärztin mir eine Einleitung ab 37 plus 0 empfohlen. Ich wollte das Ganze natürlich nochmal kontrollieren lassen und eine Einleitung kommt für mich einfach absolut gar nicht in Frage, vor allem nicht vor Entbindungstermin, weil ich der Meinung bin, wenn mein Körper ein Baby baut, was, ja, sehr, sehr groß ist, dann bin ich auch der Meinung, dass mein Körper weiß, dass es auch wieder raus muss, das ist nun mal die Natur und das passt dann auch. Das wäre ja logisch. So, das ist mein erster Gedanke gewesen, mein Körper baut nur ein Kind, was er auch wieder rausbekommt. Dementsprechend sind wir eigentlich von der Einleitung komplett weg gewesen und es hat sich beim nächsten Termin auch bestätigt, mein Gefühl nämlich, dass mit diesem Kind alles in Ordnung ist. Mein Mama-Gefühl hat gesagt, mach dir nicht so viele Gedanken, es ist alles in Ordnung und so ist es auch. Die Vertretungsfrauenärztin hat einfach sehr, sehr großzügig gemessen und meine Frau Netzen hat ein ganz normales, optimales Gewicht zwei Wochen später herausbekommen. Aktuell wiegt der Kleine zweieinhalb Kilo in der 36. Schwangerschaftswoche und ist, ja, 45 Zentimeter ungefähr groß. Er könnte jetzt auch schon ein paar hundert Gramm mehr wiegen, weil es der Frau Netzen wiegt ein paar Tage her, aber genau, ungefähr diese Maße hat er gerade also dementsprechend absolut normal für diese Woche und top entwickelt. Es gibt seit sechs oder acht Wochen inzwischen, glaube ich, kein Foto mehr von diesem Kind in meinem Bauch, weil es sich bei jedem Ultraschall einfach immer mit dem Gesicht zum Rücken dreht bei mir. Das heißt, es ist ja die optimale Startposition für eine Geburt, aber dementsprechend kommt man halt gar nicht mehr ans Gesicht dran. Wir hatten auch schon 3D-Ultraschall, aber auch da hat es sich nicht gezeigt. Ich kann euch also nur ein, ja, altes Bild zeigen, was ihr aber auch noch nicht kennt. Ich schaue mal gerade, was ich hier habe. Wir haben wunderschöne Bilder im 20er-Bereich bekommen, also um die 20. Woche rum haben wir richtig tolle Bilder bekommen. Da kann ich euch eins mal zeigen, was ich hier gerade in der Hand habe. Genau, das hier ist es aus der 21. Schwangerschaftswoche. Da hatten wir dann auch das wirklich endgültige Outing. Das Foto zeige ich euch jetzt aber nicht, aber das hier ist unser kleiner Mann richtig schön oben rangekuschelt an die Plazenta. Das ist auch wirklich eines der letzten schönen Fotos, die wir bekommen haben, weil, wie gesagt, hier haben wir noch eins aus der 23. Woche, wo er einmal wenigstens sein Profil gezeigt hat. Aber, ja, er versteckt sich einfach sehr, sehr gerne beziehungsweise liegt einfach schon seit Wochen in Startposition. Also leider kein aktuelles Foto für euch, beziehungsweise auch nicht mal für uns, aber das ist auch völlig in Ordnung, denn hauptsache dem Kleinen geht es gut. Die Versorgung ist super, Plazenta sieht toll aus. Der Gebärmutterhals ist noch schön lang. Genau, sieht also auch nichts nach Gebot aus, außer, dass er eben halt schon fest im Becken liegt mit dem Köpfchen und wie gesagt auch schon nach hinten schaut. Also die optimale Startposition. Der Rücken ist meistens rechts. Jetzt gerade liegt er links mit dem Rücken. Popo aber immer schön hier oben. Genau, ich habe in dieser Schwangerschaft einen sehr, sehr großen Bauch und habe auch schon ein bisschen mehr zugenommen als bei meinen letzten Schwangerschaften. Ich bin jetzt bei ungefähr 12 Kilo, 13 Kilo, je nachdem wann man wiegt, morgens oder abends. Genau, und beim Frauenhaus wiegt man sowieso immer ein bisschen mehr. Gerade ist der kleine Mann auch wieder ordentlich aktiv. Das ist er nämlich auch ständig. Er ist ein sehr, sehr aktives Kind und bewegt sich ganz, ganz viel hin und her. Ich zeige euch einmal kurz den Bauch, dann habt ihr so ungefähr eine Vorstellung. So sieht der jetzt aus mit einem Umfang von 99 Zentimeter. Alle, die mich lange verfolgen, wissen, dass das somit mein größter Babybauch ist, den ich bis jetzt in einer Schwangerschaft hatte. Denn meine erste Tochter kam bei einem Umfang von 96 Zentimeter und meine zweite Tochter kam bei einem Umfang von 98 Zentimeter. 90 Zentimeter, dementsprechend, wie gesagt, der größte Babybauch, den ich in irgendeiner Schwangerschaft je hatte. Und so fühlt es sich auch an. Er ist auch echt richtig, richtig prall, wie ihr merkt. Also ich kann hier nirgendwo irgendwas eindrücken. Der kleine, außer hier oben, da liegt gerade der Po. Ansonsten nutzt der kleine den Platz scheinbar auch viel aus. Gerade abends ist es auch wirklich schon sehr, sehr anstrengend. Ich hatte ja schon früh in dieser Schwangerschaft starke Probleme mit der Symphyse. Das war jetzt sehr, sehr lange weg, aber ist jetzt seit einigen Tagen wirklich extrem wieder da. Meine Frauenärztin empfiehlt mir schon seit der 20. Woche so einen Stützgurt. Aber es ist tatsächlich gar nicht das Problem, dass der Bauch irgendwie schwer wird, sondern es ist eher das Problem, dass der Kopf einfach so krass nach unten drückt. Schon, hat die Frau letztens beim letzten Termin gesagt, dass mir das halt eben Schmerzen bereitet. Das sind nicht nur Schmerzen, die ich bei der Symphyse habe, sondern auch an den Schamlippen und auch vor allem im Ischias. Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Stützgurt wirklich helfen würde, weil wenn ich den Bauch irgendwie so nach oben drücke, merke ich halt absolut gar keinen Unterschied. Aber vielleicht habt ihr da Erfahrungen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und lese mir das auf jeden Fall in den Kommentaren gerne durch. Wie gesagt, ich spüre aber aktuell eher den Kopf, der halt einfach schon extrem nach unten drückt. Und es ist halt gerade abends, fühle ich mich einfach richtig, richtig kaputt und platt. Und will einfach so viel machen in dieser Schwangerschaft. Habe wirklich so einen extremen Nestbautrieb. Aber ich schaffe es einfach nicht, weil mein Körper wirklich einfach sagt so, hier Schluss, hier ist Ende. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es bis jetzt auch echt die anstrengendste Schwangerschaft ist von allen dreien. Ich weiß auch nicht warum, aber mir haben tatsächlich bei Instagram sehr, sehr viele geschrieben, dass es bei denen auch so war, dass sie also wirklich auch am Ende so kaputt waren. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich einfach wirklich, als wäre ich schon am ET. So fühlt es sich für mich gerade an. Ich möchte jetzt auch nicht rumjammern oder ähnliches. Aber es ist wirklich, wirklich hart diesmal. Trotzdem bin ich gespannt, wann der Kleine kommt und wann er sich auf den Weg macht. Vier Wochen hat er ja noch. Es ist auch an sich alles vorbereitet für den kleinen Mann. Er könnte also jederzeit kommen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Babyschale. Aber das machen wir dann ganz, ganz kurz vor der Geburt. Und da nehmen wir euch dann auf jeden Fall auf Instagram auch wieder mit. Zu meinen Symptomen. Aktuell habe ich ja schon gesagt, einmal die Symphyse und dieser Druck nach unten, der auch wirklich diesmal anders ist als bei den anderen Schwangerschaften. Aber die Frau hat jetzt, wie gesagt, abgetastet und hat gesagt, okay, er drückt da wirklich schon richtig doll unten rein. Und das kann halt wirklich dieses Brennen auch verursachen. Ja, ansonsten bin ich kurzatmig, wie man merkt. Ich habe extrem Sodbrennen, wirklich extrem Sodbrennen, weil der Kleine halt wirklich auch schon hier oben liegt, aber gleichzeitig auch unten gegendrückt. Er ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Er ist zwar genauso groß, wie er sein sollte, aber irgendwie kommt es mir vor, als wäre er doppelt so groß. Außerdem immer noch verstopfte Nase, die ganze Schwangerschaft über. Wir waren jetzt auch vor ein paar Wochen richtig doll alle krank. Und ich bin einfach dauerhaft erkältet in dieser Schwangerschaft. Aber das hatte ich ja schon beim letzten Mal auch. Ich muss relativ häufig auf Flette, das gehört natürlich auch dazu. Es sind so diese typischen Schwangerschaftsanzeichen, die man so am Ende vom dritten Trimester hat. Und ich glaube, das können auch alle bestätigen, die schon mal schwanger waren oder schwanger sind gerade. Das sind einfach die aktuellen Beschwerden. Es drückt alles, es ziept. Ich bin zu Hause meistens bauchfrei und halbnackt unterwegs, weil es einfach viel angenehmer ist mit dem Bauch. Der Bauch juckt natürlich auch. Er dehnt sich, er wächst. Der Kleine tritt sehr, sehr unangenehm teilweise hier an den Seiten mit den Füßen. Er drückt seinen Popo unter meine Rippen. Und ich merke richtig, wie die Rippen so nach oben geschoben werden. Ich schlafe nicht mehr gut, weil es einfach alles drückt und alles wehtut. Abends liege ich wirklich auf dem Sofa und bin nur noch am Stöhnen und am Meckern. Und mein Mann muss so einiges aushalten. Aber es ist okay noch. Also ich fühle mich noch okay. Und es ist alles noch aushaltbar und machbar. Und die letzten vier Wochen schaffen wir auch. Und vielleicht, wer weiß, kommt er ja auch schon in zwei Wochen. Ich meine, die große Schwester kam ja auch zwei Wochen vor Entbindungstermin. Also es ist alles offen im Endeffekt. Gleichzeitig ist es für mich aber auch total schlimm, diese Schwangerschaft loszulassen, weil es für mich sehr wahrscheinlich die letzte Schwangerschaft sein wird. Und irgendwie ist es, ich fühle mich sehr, sehr wohl, wenn ich schwanger bin. Ich mag meinen Körper, wenn ich schwanger bin. Außer in den letzten Wochen, die wirklich sehr kräftezehren sind. Aber ich bin einfach sehr, sehr gerne schwanger. Und ich glaube, das merkt ihr auch. Und das merken auch alle bei Instagram. Die sagen auch immer, oh Maggie, du strahlst so, wenn du schwanger bist. Du bist eine ganz andere Person. Und so fühle ich mich einfach auch. Also wenn ich es könnte, dann wäre ich gerne dauerhaft schwanger. Ohne, dass ein Baby rauskommt im Endeffekt. Am Ende, ihr glaube ich, wer wisst, was ich meine. Aber ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl. Ich bin gerne schwanger. Und werde es ganz schön vermissen. Und es wird, glaube ich, auch echt hart für mich werden. Und das war es jetzt auch schon wieder vom eventuellen letzten Schwangerschaftsupdate. Ich bin mal gespannt, ob ich euch nochmal eins drehe. Und vielleicht gibt es ja auch mal wieder ein schönes Foto für euch vom Baby. Aber ich werde jetzt die letzten Wochen genießen und auch ganz viel festhalten, damit ich mir ganz viele Videos von dieser Schwangerschaft und Fotos später anschauen kann. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt. Wie geht es euch in der Zeit? Wie viele Kinder habt ihr? Und eine Frage hatte ich noch. Was war für euch die anstrengendste Zeit in der Schwangerschaft? Also ich finde, so das erste Trimester, so die ersten Wochen, ist auch schon hart mit dieser ganzen Übelkeit. Die hatte ich ja diesmal auch wirklich bis zur 17. Woche ganz, ganz stark. Und dann so die letzten Wochen sind auch wirklich schon echt übel. Aber ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.